Also das Durchblicke Engineering Team arbeitet in unserem sehr netten Büro in der Wiener Innenstadt. Wir sind derzeit zehn Ingenieurs, sind aufteilten Subteams, ein kleines Subteam kümmert sich um interne Infrastruktur und das restliche Team arbeitet gemeinsam mit unserem Product-Duner an der technischen Plattform für unser Vergleichsportal. Dazu gehört alles von Frontend, Backend, Infrastruktur-Themen, Schnittstühlen-Themen, die gesamte Technik. Wir sind Full-Stack organisiert, das heißt wir decken jeweils in den Teams die gesamten Disziplinen ab, Frontend, Backend, Security, Testing, Infrastruktur und jeder in dem Team hat natürlich so seine Stärken in den einzelnen Disziplinen und hat aber auch die Möglichkeit dann in den anderen Disziplinen mitzuwirken oder sie auch weiterzuentwickeln. Wir arbeiten mit Scrum, angepasst an unsere Bedürfnisse, wir nehmen sie dabei auch Elemente aus Kanban raus und schauen einfach auch laufend in den Retrospektiven, was kann man da noch verbessern, was passt einfach besser zu uns, wie können wir noch besser arbeiten. Ich glaube das Besondere an unserem Team ist einmal die Größenordnung, Durchblicker ist jetzt kein Startup mehr, das ist jetzt auch kein etabliertes Unternehmen, auch kein Großkonzern, wo man jetzt nur in einem kleinen Rädchen quasi mitarbeitet von vielen, sondern bei uns hat man technisch die Möglichkeit an dem Produkt gesamtheitlich mitzuarbeiten, das macht es für viele sympathisch, das spricht auch viele an und das coole dabei ist natürlich ist ein Produkt auch mit Sinn, wir helfen unseren Usern Geld zu spuren. Ja, der Recruitingprozess läuft bei uns so ab, dass man als erstes ein kurzes Telefonat mit einer Kollegin aus dem Recruiting hat, dann haben wir ein Treffen mit ein bis zwei Ingenieurs aus dem Team plus mir, wo man sich einfach ausreichend Zeit nehmen für gegenseitiges Kennenlernen, menschlich wie fachlich und wir schauen einfach ob das beidseitig ein guter Match ist. Danach gibt es ein Treffen und ein Kennenlernen mit den beiden Geschäftsführern und Gründern von Durchblicker. Dann bieten wir auch ein Mitte-Team an, wo man ganz informell die Möglichkeit hat, beim Kaffee oder beim virtuellen Kaffee das gesamte Team kennenzulernen. Auch das ist wichtig, wenn man sich jetzt für einen Job und für Durchblicker entscheidet. Ja, dann sind wir an der Situation, an der Stelle, wo man sich füreinander entscheidet und das Vertragliche macht. Das Onboarding startet bei uns am Tag 1 mit einem gemeinsamen Welcome Breakfast. Die Arbeitsgeräte sind vorbereitet, hat dann danach Zeit, sich vertraut zu machen mit der Entwicklungsumgebung, mit der ganzen Arbeitsumgebung. Und ja, dann startet das Onboarding-Programm. Wir haben da einen Plan aufgestellt, wo man einfach strukturiert die verschiedenen Bereiche abdecken, die für jemanden neu sind, der neu im Team startet. Dazu stellen wir auch einen Body zur Verfügung, der sich um das Mentoring kümmert, der auch die Vertrauensperson im Team ist, der quasi durch das Onboarding führt. Und durch Durchblicker gesamt, durch teamübergreifende Formate wie Meet-the-Teams, haben wir auch die Möglichkeit in den ersten Wochen nicht nur das Engineering-Team, das IT-Team, sondern auch alle Unternehmensbereiche und die Personen auch gut kennenzulernen. Unser primärer Tech-Stack besteht aus JavaScript und TypeScript, JavaScript auch im Backend, React, Next.js und Node.js. Unsere Core-Services laufen als Container-Serverless in der Google Cloud-Plattform. Wir nutzen allgemein gerne Cloud-Technologie, einfach um die eigenen Aufwände so gering als möglich zu halten und natürlich auch die innovativen Möglichkeiten von Cloud-Technologien zu nutzen. Was haben wir für kommende Herausforderungen? Mit dem Teamwachstum wollen wir auch die Architektur gut schneiden, damit wir da einfach zum einen Technical Debt gut managen können mit neuer Feature-Entwicklung und zum anderen aber auch darauf schauen, dass wir auch weiterhin mit Wachstum schnell in der Umsetzung bleiben. Wir wollen als einen Teilaspekt davon auch die Lead-Time-for-Change reduzieren. Das ist die durchschnittliche Zeit von einem Commit, von einem Source-Code bis dieser erfolgreich in Production läuft. Da ist wieder ein Aspekt die Test-Automatisierung, wo man die nächsten Schritte gehen können und den Grad der Test-Automatisierung noch weiter erhöhen. In diesem Bereich gibt es viele spannende und interessante Möglichkeiten mitzuwirken. Den Security-Aspekt wollen wir auch nicht vernachlässigen und durch adäquate Maßnahmen auch hier dann laufend dran zu bleiben. Das ist das, was wir sehen. Vielen Dank.